Was ist die ATK-SV-Verteidigung? ATK-SV-Verteidigung, ein direktes Angriffs- und Abwehrsystem, basiert auf Nervendruck und Reißtechniken. Das Besondere dabei ist, dass man durch gezielten Nervendruck den Gegner, den Angreifer, nicht zwingend verletzen muss, sondern man kann ihn entsprechend kontrollieren. ATK-SV ist ab 16 erlernbar bis ins hohe Alter und beschäftigt sich während des Trainings rein mit dem Selbstverteidigungstraining. Und zwar sowohl einmal auf der Matte, also im Trainingsraum, als auch an gegebenen Orten, wie zum Beispiel Stadtpark, Parkhaus oder auch am Auto oder an der Haustür der Parkgarage. Das Training beginnt mit einem gezielten Herz-Kreislauf- und Muskeltraining, sodass ein kleines Fitnessprogramm mit zum gezielten Training gehört. Danach werden Koordination- und Konzentrationsübungen durchgeführt, die gezielt auf das Selbstverteidigungstraining, das Haupttraining ausgerichtet sind, sodass man sich letztlich ausschließlich mit dem Selbstverteidigungstraining und mit der Situation draußen auseinandersetzt. Zunächst sehen Sie jetzt zwei Techniken gegen einen Angriff von vorne, wenn der Angreifer wirkt. Das heißt, zwei Würgeabwehren und unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Ein gängiger Angriff in der Selbstverteidigung ist auch ein direkter Schlag, ein Faustschlag von vorne, den wir jetzt sehen. Nun kommen wir zu einer Umklammerung von hinten, wie man sich entsprechend gegen diese Technik, gegen diesen Angriff verteidigen kann. Nun greift der Angreifer unsere Jacke und wir werden uns auch davon entsprechend befreien. Wir laden Sie recht herzlich zu einem unverbindlichen Probetraining ein. Bitte melden Sie sich dafür unter der Telefonnummer 400 8000 in Wilhelmshaven an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.